Ah, und ich habe noch zwei Trumps-Zombies. Das ist praktisch. Ach stimmt ja, ich habe mir einen zweiten beim Friedhof geholt. Verschon uns! Wir sind nicht wie unsere größten Brüder. Wir wollen nichts Böses tun. Ihr wollt leben, da müsst ihr etwas für mich tun. Gehen wir zur Höhle zurück. Okay. Höhlenmonster. Na, guckt mal. Unsere Armee bewegt sich wirklich um einiges schneller als vorher. Ja. Ja. Außer wenn sie durch Wälder gehen. Außer wenn sie durch Wälder gehen. Ja, dass du am Baum festhängst, das sehe ich diesmal. Ja, gut. Wie gesagt, zerstören wir das Menschen-Dom als nächstes. Oh, und ich kann Level abmachen. Ja, ich wollte einen Punkt in Diplomatie nochmal geben, einfach damit ich das hier machen kann. Einheiten aktualisieren bringt nichts. Ich glaube, dann lieber Lager-Experte mal noch um eins steigern. Mehr Vorräte sind immer besser. Vor allem wenn wir dann auf der nächsten Map mal sind. So, F2 zum Speichern. Ihr mögt mich noch. Ihr mögt mich auch noch. Ihr hasst mich. Ihr seid neutral mir gegenüber. Okay. Die schicke ich mal hoch zum... Wobei, die kann ich hier lassen. Ja, euch schicke ich mal querfeld ein. Und euch schicke ich hoffentlich keinen Soldaten entgegen. Äh, keinen Bauern entgegen. Und euch schicke ich mal. So, ihr grabt. Hier mal schön. Tunnel in to the Tower Cellar. There's lots of tasty food waiting for you there. Bring me the blue ball from the Tower after you break through the walls. We've bought you the blue ball you asked for, master. I always reward those who serve me well. You've brought me the blue ball from the Tower. Perfect. There's a lot I want to talk to you about. Excuse my curiosity, Master. Why have you taken the form of a human in this world? I didn't have a choice. One impudent man thought he could bend me to his will. He found a powerful artifact and initiated the ritual of the summoning. If only he had completed the ritual. I'd have destroyed this miserable island of order in the endless ocean of chaos and made the wretched mage suffer for eternity. A fumbling dwarf interfered with the ritual and the portal between the two worlds closed before I could... It pains me to recall the moment I found myself in this revolting world. Somehow I changed bodies with one who summoned me. My spirit is confined to this pathetic human body while that fool became the lord of the Ashlands in chaos. I'll do whatever it takes to get back to chaos. I'm sorry to disappoint you, my lord. It's impossible to open a portal into chaos as long as the crystal exists. Ah! I'll destroy it! It's not that easy. The crystal is in the very heart of the human empire and it's guarded like no other object in Danemore. No one can get past the walls and all the imperial guards. My army will be able to do it. We'll be prepared for the assault. Just the sight of my soldiers will make humans tremble. Ja. What's happening? Alma, was is los? What are you doing in these lands, Elf? Stay out of our way, if you want to live. What are you doing in this land, Elf? Get out of our way, if you want to live. How dare you talk that way to the queen's counselor? Defend yourself, miserable human! Wie könnt ihr es wagen, so mit dem Berater der Königin zu reden? Verteidigt euch, ihr armseliger Mensch. Ja, und jetzt haben wir Roll. Roll. I didn't expect elves to be such fierce warriors. If only I could set them against the humans. Ich hätte nicht erwartet, dass es Elfen sowie die Krieger sind, wenn ich sie doch nur gegen die Menschen aufbringen könnte. One way or another, the human race is doomed. I will gather the greatest army this world has ever seen. The horrible army of the undead will curse them. Die menschliche Rasse ist so oder so, verdammt. Ich werde dir die größte Armee aufstellen, die diese Welt je gesehen hat. Die schreckliche Armee der Untoten wird sie zermalmen. Ich weiß, wo wir hervorragende untote Soldaten herbekommen, Herr. Bei Angriff auf meine Festung starben viele Paladine, die nicht weit von hier begraben wurden. Lasst sie mich für euch erwecken. Das einzige Hindernis auf dem Weg dorthin ist der Außenposten der Menschen. Darum kümmern wir uns, wenn wir dort sind. Hm. Gar nicht weiter. Und ja, wir haben Roll. Gucken wir mal kurz in die Enzyklopädie. Sir Dragobor. Die wollen wir aber nicht. Wir wollen Roll. Wächter des Waldes. Kämpfer, Plünderer, Berserker. Okay, dann unter Untote wahrscheinlich. Roll. Ein berühmter Nekromand aus der Vergangenheit. Seine Dorgov-Feste war der letzte Nekromandentor, der Angriff der imperialen Truppen fiel. Und ja, da steht es auch ganz dick und fett. Er kann Garthogs Ball zaubern. Und er sieht nicht nur aus wie Garthog und hat dasselbe Icon in den Cutscenes wie Garthog. Es ist Garthog aus dem Vorgänger. Und ja, wenn man noch nicht drauf gekommen ist, C, also den, den wir hier spielen, ist der dunkle Magier aus dem Vorgänger. Der einfach nur den Kristall zerstören will, damit er nach Hause kann. Also, darauf läuft hier alles hinaus gerade für uns. Hm. Was? Wie sollst du? Wie sollst du? Gut. Aber wir hatten doch andere Sachen vor. Zum einen gucken, an was für Höhlen wir noch hier vorbeikommen, während wir nach da hinten marschieren und das Menschendorf in Einzelteile zerlegen. Na ja, bei Rolf verhält es sich wie bei allen anderen. Ähm. Und Toten, er kann nur eine Stufe aufsteigen. Wir können ihn aber auch heilen, was auch nicht viel bringt. So, erstmal diese Wölfe noch loswerden. Ja, das ist der große Plot-Twist in dieser Geschichte. Braucht? Ja, Wöl braucht auch Wirkungskraft. Die Wolfsgrube ist noch nicht zerstört. Da liegt immer noch ein Wolf. So, machen wir es einfach so. So kommen wir auch wieder an Gold. Na ja, ich würde sagen, es ist dann mal wieder an der Zeit, richtig zu speichern. Holzschild von Naturknoten. Oh, den gibt es hier auch noch. Äh, okay. Das war halt Rokov. Mariston hat nichts Neues für uns. Das Menschendorf ist immer noch peinlich. Die Menschen fest ist neutral. Ja, dann würde ich mal sagen, speichern wir hier jetzt mal wieder richtig. Das wäre jetzt, äh, Let's Play 08, äh, 09. Speichern. Und dann gibt es jetzt hier erstmal wieder einen Cut. Bis gleich.